erst mal hallo freunde der nacht ich habe nicht zu viel versprochen heute sind wir im laden von arvid dem größten gassig laden hier in second life wie ihr seht habe ich hier auch ein kleidungsstück an von arvid das halt auch sehr gut aussieht das tattoo ist auch von arvid ich fahre mal rum ist halt ein reines latex outfit von arvid geht auch gut für den bdsm bereich und jetzt schauen wir uns hier mal ein paar klamotten an diese klamotten kann man sich natürlich hier alle kaufen ich gehe hier mal ein stück weiter wie ihr seht ist der laden halt sehr groß und auch sehr gemütlich mit sitz gelegenheiten natürlich so ziemlich alles was das herz begehrt und ich habe fast die ganze kleidung in mein inventar die es hier zu kaufen gibt es gibt hier halt die schönsten sachen eine tolle klamotte neben der anderen halt und ja es ist halt einfach klasse hier man kann hier auch rumgehen in andere abteilungen hier hier das ist jetzt so das neueste was jetzt so raus kam das teil habe ich auch hier oben gefällt mir am besten es hat halt nur tausend teile zum tragen und es gibt halt hier sehr viel ne wie ihr sehen könnt gibt es hier material ohne ende jetzt gehen wir mal hier weiter hier steht noch jemand um die zeit naja eine schönheit ist ja gerade nicht ne er sieht aus wie ein lump finde ich also wie so ein abgetakelter lump typisch dieser macho stand und halt ja der blick spricht halt bände also mein fall wäre es nicht trotz allem gehen wir mal weiter hier ist also die männer abteilung für die herren sehr interessant hier können halt also männer einkaufen naja schnell raus hier bevor der typ mich noch irgendwie hier anschreibt hier ist der eingang zu dem laden der laden selbst wenn ich jetzt so hochzoom befindet sich in einer alten schlossruine wenn ich jetzt so wegscroll könnt ihr halt sehen wie halt das ganze von außen aussieht ist eigentlich sehr schön aufgebaut und ja mit sascha verbringe ich hier auch mal gerne zeit wenn er mal lust dazu hat ja sascha muss man einfach lieben ist ein lustiges kerlchen wir waren aber heute abend schon ausgegangen ich habe ihm mal den club gezeigt wo ich euch in dem video gestern gezeigt habe da der ist nicht übel da waren wir ein bisschen tanzen gewesen ja nachher war er halt müde und ist ins bett und ja ich schreibe mich jetzt noch ein bisschen allein hier in sl rum ja und macht dieses video hier für euch hier gibt es halt die ganzen avatare zu kaufen sogar gibt es hier blutverschmierte vampir avatare die habe ich natürlich auch alle ja da kostet ein einzelner skin 400 linden dollar und es gibt halt fünf verschiedene skins davon die einigen mehr blutverschmiert die anderen halt weniger und dieses blutverschmierte hochzeitskleid gibt es hier auch noch ja also das hat es mir auch angetan aber ich weiß nicht so ganz weil es ist halt weiß und weiß ist nicht meine farbe ich laufe auch real nur in schwarz rum schon immer in schwarz rum gelaufen seit frühester jugend ja und da haben wir es ja das blutverschmierte gossip glät das hochzeitskleid da ich meine schlecht ist es nicht vom aussehen hier aber halt ja die farbe nein 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 wenn dann das hier schon eher das ist noch in arbeit das wird erst rauskommen das ist nun vorentwurf werde ich mir natürlich auch kaufen hier dieses diese klamotten ein nonnen outfit aber es ist nur eine grobe zeichnung im moment und ja ich bin gespannt wie es aussieht wenn es halt fertig ist ist auf jeden fall ein muss und ich werde es mir holen da steht fest gehen wir mal weiter hier kommen wir an die frisuren die frisuren hier habe ich auch alle in meinem inventar wenn ich jetzt mein inventar hier aufklappe sieht zwar nach nichts aus wenn man da oben liest 140.852 outfits und gegenstände drinne hier das sind die landmarke und hier das sind alles noch packungen die ich noch gar nicht ausgepackt habe das ist alles noch gossip klamotten hier in diesem teil ich mache es mal ein bisschen weiter auf hier das ist alles noch alles was ich nicht ausgepackt habe zeug ohne ende material fast den ganzen laden im inventar hier in diesen ordnern ist dann das fertig ausgepackte zeug wie man sieht obwohl das hier ist auch noch eingepackt das hier war ein geschenkgift bei einer hand hier gibt es ab und zu solche hunting aktion da muss man durch den laden rennen und kleine versteckte pakete suchen und wenn man glück hat sind da halt hier von diesen outfits drinne naja da habe ich mir ständig so ein zweites lochenarsch gefreut wenn ich sowas gefunden habe auch noch nicht ausgepackt hier auch nicht ausgepackt hier das ist jetzt ausgepackt ja hier sieht man die verschiedenen teile hier das ist das oberteil hier das ist die unterhose hemd unterhemd der alpha leer die hose schuhe ist alles halt mit drin in den outfits hier sehen wir es auch noch mal und hier wenn man drauf klickt kann man halt sehen wie so ein gekauftes outfit halt aussieht oder ein gewonnenes das ist jetzt hier kein gossip outfit wie man sieht das habe ich aber auch irgendwo gewonnen nicht gekauft ich wollte es halt wegen hier oben dem stirnteil haben wie man sieht ja und wenn ich hier den reiter halt schließe und gehe auf mein outfit hier sind meine ganzen outfits das geht noch bis ganz weit runter die ich schon erstellt habe und abgepackt habe wie man hier sieht hier dieses kleine menschen da drin das ist halt der skin und hier ist der shape ja und hier sind halt die netzströmpfe drin die augen ja alles was man halt so braucht und dann gehen wir auf die karte das ist die weltkarte von hier aus sehen wir auch wo wir uns befinden und avatare in der nähe der gelbe punkt da bin ich ich befinde mich hier auf einer riesengroßen sim und wenn ich jetzt so weiter gehe vergrößere jedes kleine viereck hier ist eine komplette sim ja und das geht noch weiter sl ist so groß wie der erdball also es sind ganze erdteile wie man so sieht die hier so im wasser liegen ganze kontinente teilweise es ist also ziemlich viel vorhanden hier es ist der totale wahnsinn man kann hier ziemlich viel unternehmen wenn wir gerade hier sind zum beispiel hier kann man wunderschön segeln diesen ganzen weg hier entlang mit einem segelboot oder hier die strecke ist alles voll fahrbar das wasser dazwischen ich habe auch jachten und so das werde ich euch irgendwann auch noch zeigen und das sind halt alles riesige kontinente wo man hin hüpfen kann ja und jeder einzelne punkt ist ein eigenes land und dazwischen liegen auch noch große grüne kontinente es ist eben unerschöpflich hier jetzt habe ich ein bisschen zu weit gescrollt es geht halt ultra weit hier ist auch noch eine Fläche mitten im drin hier kann man überall hinspringen ist jede menge los gibt jede menge zu sehen oder zu erleben es ist einfach wahnsinn und die aufgelisteten Sims hier das sind eben die nicht so direkt Privatländer sind hier ist auch noch ein Wassergebiet zu sehen hier kann man auch segeln gehen und alles ja das ist auch wunderschön aber wenn man hier was mieten will ist halt sehr teuer Wassergelände ist immer sehr teuer mit Wasser dazwischen ja hier ist mehr so Schachbrett mäßig angeordnet es ist einfach Wahnsinn hier aber wir waren ja hier im Laden jetzt machen wir mal hier weiter ja es gibt hier die geilsten Frisuren hier dieses Cyberlogs die habe ich auch übrigens wunderschön die dazugehörigen Avatare habe ich auch alle die wirklich wunderschön sind wenn ich jetzt weiter gehe kommen wir hier in einen kleinen Bereich da gibt es auch noch schöne Kleidung das Geblümte habe ich jetzt natürlich nicht aber hier die Klamotte ist wunderschön die habe ich auch schön zu tragen bei Bällen trage ich die öfters oder barocken Partys kommt das Ganze ziemlich gut jetzt gehen wir die Treppe runter da unten ist das ist halt Zierte alles Zierte aber eine wunderschöne riesige Bibliothek bräuchte man übrigens alle die Bücher zu lesen das sind bestimmt Hexenbücher Magiebücher oder irgendwelche Zauberbücher hier aber auf jeden Fall ist es nicht schlecht ich fühle mich hier ganz wohl ja viele denken hier das ist ein finsteres Loch aber man kann hier auch auf der Sim wunderbar spazieren gehen ich suche jetzt noch hier einen Ausgang oha hier steht's Wasser drin und schon stecke ich bis zur Hüfte gleich in der Brühe das ist ein Irrgarten hier unten oh jetzt wird's gespenstig wo geht das bloß hin hier das kenne ich jetzt noch nicht ich war noch nie in diesem Tunnel scheint aber zum Schloss zurückzuführen denke ich mal oder Entity irgendwo nirgendwo ah hier ist ein Ausgang hier unten ist ein Pavillon wie man sieht und man kann auch hier noch ein bisschen weiter spazieren so ein kleiner Hafen ist hier noch oh 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 auä puh Glück gehabt gehen wir mal weiter ich hoffe hier steht jetzt kein Orb sonst wird das der kürzeste Besuch aller Zeiten weil wenn das Privatgelände ist der Orb der kickt mich einfach raus aber egal wagen wir es mal hinzugehen dann gehen wir mal das ist schon vermietet das Haus ich gehe jetzt nicht über die Grenze diese Häuschen kann man mieten schöne kleine Gothic Häuschen auf einer Gothic Sim aber wir können ja mal rein spannen vielleicht hat er ja eingerichtet ja hat er eher ein bisschen wie soll ich sagen ja nicht so klassisch und doch mit alten Möbeln gepaart wenn man hier drauf klickt geht nichts normalerweise geht der Kamin an ich habe hier halt keine Rechte hätte ich welche würde der Kamin angehen da muss jemand mit seiner Partnerin wohnen weil hier steht eine Kinderwiege die ein Wikinger-Ski verkörpern soll dann hier das gemeinsame Bett oben ist nichts und natürlich der Kredi-Tisch der darf nicht fehlen ist in Second Life eine Art Glücksspiel da spielt man halt um Punkte und hier ist halt der Balkon mit Ausblick aufs Meer hier kann man sich theoretisch einen romantischen Abend zu zweit machen und ich gehe jetzt mal weiter weil da hinten war noch was ja es gibt wie gesagt hier jede Menge zu sehen in Second Life hier noch ein Haus er hat jetzt noch für eine Woche gemietet und drei Tage da steht auch schon ein Privatschild an der Tür und man kann wenn man so rein filmt ein alter böser Baum steht da und gucken wir mal hier in die Wohnung rein er hat unten nur ein Kursmenü aber hat hier nicht eingerichtet null